FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Heute zu den Ursachen des Antisemitismus. Zu den Ursachen, gar zur Ursache des Antisemitismus überhaupt etwas sagen zu wollen, klingt, wenn man mit dem Phänomen des Antisemitismus sich schon beschäftigt hat, fast anmaßend. Aber wenn man etwas bekämpfen will, reicht es, wie jeder weiß oder wissen sollte, nicht aus, nur die Wirkungen, die Symptome zu bekämpfen. Gern möchten diejenigen, in denen der Antisemitismus denkt, wissen, so kann man in Diskussionen, in denen nicht nur entweder Antijudenfeinde oder nur Judenfeinde beteiligt sind, feststellen, wie die Frage in aller Kürze zu beantwortet werden kann, wer ist ein Antisemit oder was ist Antisemitismus. Sei es, um seine Meinung so zu verändern, dass er nicht mehr als Antisemit erscheint, sei es, um diese Erscheinungen endlich abzustellen. So neu ist das ja nun auch nicht, dass, wie schon in dem Richterurteil gegen Götter Dittwurt nur positiv formuliert wurde, man glaubt, man müsse sich nur von Auschwitz distanzieren, also die Massenvernichtung der Juden verurteilen, und schwupps ist man frei von allen Vorwürfen. Wer dann immer noch mit dem Vorwurf der Antisemitismusforschung kommt, die oder den klagt man dann an, dass man nur eine berechtigte Kritik an Juden oder dem Juden unter den Staaten Israel hätte, die sie oder mit der Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs bloß unterdrücken wolle. Es sei so, dass jüdische Institutionen, Personen, Handlungen, Sankt und Tabu seien gar überhaupt nicht oder zumindest grundsätzlich nicht kritisierbar, sozusagen unantastbar. Das allerdings hatte schon Henrik Hirnbroder vor etwa 30 Jahren festgestellt und auch da schon darauf hingewiesen, dass Auschwitz der Maßstab, um jemanden als Antisemiten bezeichnen zu dürfen, nicht sein kann, weil ein derartiger arttypischer Exzess gerade nicht als Maßstab taugt und im Gegenteil die Verurteilung des NS-Antisemitismus eine notwendige Voraussetzung für die Entfaltung eines sauberen Antisemitismus ist, der sich von Auschwitz und den Nazis nicht von vornherein diskreditieren lassen möchte. So wurde in der ewige Antisemit der letzte Satz. Wir haben uns mit Antisemitismus-Theorien vor 1944, in denen Auschwitz nicht im Vordergrund stehen konnte, teilweise schon beschäftigt, anhand einer Lektüre von Hans-Joachim Harns und Olaf Kistenmachers herausgegebenen Buch Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft. Auch hier heißt es nicht die Ursachen des Antisemitismus, sondern es geht zunächst einmal um Beschreibungen der Phänomene. Der auch in der Transmitter-Ankündigung erwähnte Ludwig Bamberger ist mit der Frage nach den Ursachen des Antisemitismus auch vorsichtig. Er äußert sich im Kontext des Berliner Antisemitismusstreits, der auch als Treitschkiade oder Treitschgestreit bekannt ist, in die Geschichte eingegangen. Es handelt sich dabei um eine öffentliche Debatte von 1879 bis 1881 über den Einfluss des Judentums im Kaiserreich. Dieser Streit machte auch das Wort Antisemitismus erst so richtig publik. Den soziopolitischen Kontext, den Gründerkrach von 1873 und die sogenannte Große Depression hatten wir anlässlich der judenfeindlichen Polemiken von Otto Glagau bereits angesprochen. Der hatte ja über den Gründerschwindel, wie das dort heißt, in der Gartenlaube, also eine Zeitschrift, so wie sie heute noch in Arztpraxen und Friseurläden ausliegen, dort hat er also seine antisemitischen Hetztiraden durchaus losgelassen. Es handelt sich also nicht nur um eine Krise des Industriekapitals, sondern auch eine Agrarkrise anlässlich der Konkurrenz billigen überseeschen Getreides. Die Forderung nach meckantilistischer Außenpolitik mit Schutzzöllen gewann politischen Einfluss, was sich gegen die gute Beziehung des Reichskanzlers Bismarcks zu den Liberalen richtete, die weiterhin am Freihandel festhielten, sogar noch weiteren Abbau der Zollschranken forderten. Bismarcks Finanzberater war der Jude Gerson von Bleichröder. Bismarck wurde auch von den jüdischen Führern der Liberalen im Reichstag Eduard Lasker und von dem wir hier auch reden, Ludwig Bamberger, gestützt. Vollzog 1878, 79 eine politische Wende und wandte sich den konservativen Parteien und dem katholischen Zentrum zu und führte wieder Zölle auf Getreide und Eisen ein und konnte so den liberalen Mittelstand, der durch die Wirtschaftskrise hart getroffen worden war, an sich ziehen. Antisemitische Bücher wie die von Wilhelm Marr, die hatten wir auch schon beschrieben, empfanden reißenden Absatz, zumal ja die Liberalen Lasker und Bamberger weiterhin einen liberalen Kurs hegten, während die Nationalliberalen eher zur Macht neigten. Dass auch schon vorher die Juden als Sündenböcke herhalten mussten, hatten wir auch schon thematisiert. Insbesondere bei den Modernisierungsverlierern spielte das eine Rolle. In diesem Kontext steht also die 1880 erschienene Schrift von Ludwig Bamberger, Deutschtum und Juden. Bamberger, der von 1823 bis 1899 lebte, hatte, auch was seine Auffassung angeht, eine erstaunliche Karriere gemacht, wie man zum Beispiel Benedikt Köhlers Biografie Ludwig Bamberger, Revolutionär und Bankier entnehmen kann. Er begann als Linksradikaler und endete als Bankier und führte auch die Deutsche Mark ein übrigens, was keineswegs so absurd ist, wie das heute vielleicht klingen mag. Die Barrikaden der Revolution von 1848 waren so weit von dem Sitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bank nicht entfernt, die bekanntlich Vorbild für Lenins Staatskapitalismus gewesen war. Rückblickend beschrieb er sich als ein Individuum, das sich aus eigener Kraft um eine Sprosse der wirtschaftlichen Leiter heraufarbeitete und so für die Gesamtentwicklung wertvoller gewesen sei als andere. Die linksradikalen Träume seiner Jugend hat er nicht einfach verraten, sondern das liberale Erbe, aus dem die Linke damals entstand, hat er da auch nur weitergeführt. Aber nur so viel zu seiner Biografie. Seine Schrift erschien 1880 in der Monatszeitschrift »Unsere Zeit« im Heft 2. In den gesammelten Schriften findet sich die Schrift auf den ersten Seiten des fünften Bandes. Den kann man auf dem Wiki zu Ludwig Bamberger auch per Link erreichen, falls man das da nochmal nachlesen möchte. Hier stellt Bamberger auch die Frage nach den Ursachen des Antisemitismus. In einer Zeit, in der die religiöse in eine rassistisch aufgeladene Judenfeindschaft sich wandelte. Er bemerkt aber auch schon einen Gegensatz von Rassismus und Antisemitismus. Da jeder Antisemitismus- oder Antisemitismus-Begriff in einem bestimmten historischen und sozialen Kontext steht, mussten wir den hier auch mitliefern, wie wir das auch schon vorher schon getan hatten. Als heuristischer Begriff, um die unterschiedlichen historischen Epochen thematisieren zu können, verwende ich hier vor allem Judenfeindschaft und Judenfeinde, um vor der Identität der Feindschaft die Unterschiede klar zu machen. Bamberger hat alles Interesse, wie wir gesehen haben, einen klaren Begriff des damals neueren Antisemitismus zu bekommen und die Ursachen in den Blick zu bekommen. Ludwig Bamberger bemerkte an Treitschke, dass er auch nicht den Unterschied der Konfession des Bekenntnisses heranzog, um die Rechtsungleichheit der Juden zu begründen. Zitiere jetzt den Bamberger. Aber eben diese Unmöglichkeit einer Rechtsverweigerung aufgrund der Religion drängt bei uns den Kampf immer wieder von Neuem auf das physiologische Gebiet der Rassenungleichheit hinüber. Obgleich Deutschland, welche die Ansprüche der Rassengleichheit auf eigenen Boden im Panslavismus zu bekämpfen hat, sich wahrlich nicht wird einfallen lassen, auch seine Bürger aus slavischer Abstammung aussondern zu wollen. Und wenn auch ausschließlich gegen die Juden das Rassenprinzip angerufen werden soll, gegen die Asiaten, wie heute die Rede geht, das heißt, wenn, oh vergessene Wiege des Menschheitsgeschlechts, eine Scheidelinie gezogen werden soll zwischen den Juden kleinasiatischer und den Indogermanen großasiatischer Herkunft, die sich zu dem aus Kleinasien gekommenen Christentum bekennen. Wie in aller Welt soll die Praxis sich mit dieser Weisheit zurechtfinden? Aufgrund dieser Demarkationslehre wären alle als Kinder getauften oder später zum Christentum übergetretenen Juden, ferner die von getauften jüdischen Eltern oder Großeltern stammenden Christen, dem Interdikt verfallen. Dreitschke selbst führt die ungetauften Rieser und Veit in einer Linie mit dem getauften Felix Mendelssohn als deutschen Juden an. Was meint er zu Stahl, dem Stifter der Schule, an welcher sich die christlich-germanischen Hochkonservativen anlehnen? Was zueinander von den Lebenden will ich niemand nennen, um niemand unbefehlend zu sein? Und wie es mit den Abkömmlingen der bereits der zahlreichen Mischehen, wie ist das mit denen? Wenn die Rassenproskription nach nordamerikanischen Vorbilden gegen die Semiten angewendet werden sollte, so musste auch das Halbblut ausgestoßen werden. Damit kämen wir schon bis in die höheren Chards und der Armee, von welchen bis jetzt zwar die Söhne, nicht aber, natürlich nur unter gewissen Bedingungen, die Schwiegersöhne, sehms, ferngehalten werden. Warum doch sich mit all diesen fadenscheinigen Vorwänden quälen? Gestehen wir uns ehrlich, wir haben es mit einer alten, von Geschlecht zu Geschlecht, seit Jahrhunderten fortgezeugten Antipathie zu tun, die zu einer naturalistischen Tatsache geworden, in vielen auch die stärkste Logik nicht gegen die Macht der Gewohnheit aufkommen lässt. Wer es erklären sollte, brauchte nicht um die Gründe verlegen zu sein, nur müsste man ihm Zeit lassen, die halbe Weltgeschichte zu Hilfe zu nehmen. Im Wesentlichen ersprang das Missgefühl aus dem Gegensatz der Glaubensbekenntnisse, deren jedes sich für das Wahre, das Alleinberechtigte hielt. Auch der moderne Antisemitismus speist sich also ihm zufolge ursprünglich aus religiösen Differenzen, was übrigens ja auch gerade einige Antisemiten damals damit bekundeten, dass sie sich genötigt fühlten, sich von religiöser Diskriminierung ostentativ zu distanzieren, während Schriften wie der Talmud-Jude von Rohling das nicht taten. Beide Varianten waren aber auch im Dritten Reich verbreitet worden. Wir sehen hier schon, dass der Antisemitismus keineswegs auf simple Ursachen zurückzuführen ist und auch, dass er sich gar nicht gleich bleibt. Darum ist es ja auch so, dass im Nachhinein immer Kausalitäten festzustellen sind, die man im Voraus gern gesehen hätte. Es ist so wie in der Politökonomie, wo ja auch, wie Marx sich ausdrückte, die Anatomie des Menschen, die des Affen erklärt, nicht umgekehrt. Es erscheint dann so, als ob so eine Art antisemitischer Urknall dann alles Spätere erklären würde. Aber wie wir auch schon beim Berliner Antisemitismus-Streit sehen, der Antisemitismus ist eine Aktionsideologie, die sich ihre Motive auch noch selber schafft. Da wird es keine endgültigen Definitionen geben können, sondern nur Arbeitsbegriffe. Das heißt aber auch, dass berechtigte Forderungen nach Klarheit sich auch sehr schnell als von apologetischem Interesse gekennzeichnet erweisen können. Der Antisemit möchte nicht als Antisemit gelten und sich so verhalten, dass er aus möglichen Definitionen herausfällt. Er hat die nicht gestellte Frage im Hinterkopf, wie kann ich Judenfeind bleiben, ohne dass man mir das ständig vorwirft. Heinrich Sterns Definition von 1924 kann hier mal als ein Beispiel angeführt werden. Wenn dann doch mal jemand den Versuch startet, einen historischen Begriff, der sich eigentlich gar nicht definieren lässt, nach Nietzsches Diktum, doch noch zu definieren. Stern Antisemit ist, wer den Juden im Allgemeinen aufgrund ihrer Wesensart die Fähigkeit zur nationalen und kulturellen Einbürgerung abspricht oder noch weitergehend ihre kulturelle und moralische Gemeinschädlichkeit für die nationale Kultur behauptet. Sie ist im Hinblick auf die Gesamtheit jüdischen Wesens oder auch nur in Bezug auf einzelne Seiten desselben Religion oder deren Wirksamkeit wirtschaftliche, politische, kulturelle. Das war aus Angriff und Abwehr ein Handbuch der Judenfrage von 1924. Das ist ja auch schon eine längere Formulierung, aber sicher sein kann man sich nur, dass es wohl sich um Antisemiten handelt, wenn das der Fall ist, was da formuliert ist. Aber eben sicher kann man sich noch lange nicht sein, dass der Antisemitismus nicht auch sich so gewandelt hat, dass es andere Bestimmungen gibt, die hinreichend sind, um Antisemitismus festzustellen. Griffige Formulierungen benötigt man nicht, um etwas zu begreifen, sondern um zu agitieren. Wir hatten ja auch schon den Artikel »Semitische Völker« aus dem Roddick-Welkerschen Staatslexikon von 1865 herangezogen, wo von antisemitisch erstmalig schon die Rede war. Die vorigen Auflagen des selben Lexikons sprachen noch nicht von Antisemitismus, antisemitisch und derartigen. Und diese Auflage redet allerdings auch davon nicht in dem späteren Sinne von Antisemitismus. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hatte man allerdings noch nicht als Antisemit das Problem, sich als solcher selbst so zu bezeichnen. Das ist erst seit Auschwitz fast unmöglich geworden. Bernhard Louis weist zu Recht darauf hin, dass das mal anders war. Ich zitiere das. »Heutzutage, wo Antisemitismus zu einem Schimpfwort geworden ist, das selbst unter Antisemiten nur wenige auf sich selbst anwenden mögen, ist es nützlich, sich daran zu erinnern, dass der Begriff ursprünglich von den Anhängern der Doktrin erfunden und angewendet worden ist, nicht von ihren Gegnern. Für diejenigen, die an diese Doktrinen glaubten, war der Antisemitismus eine Art Antisepsis, die den Zweck hatte, ein gefährliches Gift zu identifizieren, zu isolieren, zu neutralisieren und am Ende auszurotten. Ein Gift, das ließe man es unbehelligt, sich ausbreiten und die Gesamtheit dessen infizieren würde, was man abwechselnd und je nach Belieben als europäische, christliche, westliche oder arische Kultur bezeichnete. Adorno und Horkheimer unterscheiden einen bürgerlichen von völkischem und von faschistischem Antisemitismus. Die Unterschiede liegen so dennoch an der Art und Weise der pathischen Projektion oder der falschen Projektion. Dem von Freud kommenden Begriff der Projektion wird also etwas modifiziert, insbesondere wegen der Gestaltpsychologie, die sie rezipierten, die für den Prozess der Wahrnehmung einen projektiven Mechanismus annehmen. Jede Wahrnehmung hat so projektiven Charakter, nicht jede Projektion ist aber im freudischen Sinne ein Abwehrmechanismus. Von denen ist dann von pathischer oder falscher Projektion die Rede. Hierbei werden dann die Bedingungen wichtig, was das Falsche zum Falschen macht. Die Kritik an falscher Projektion verbindet sich hier mit Ideologiekritik, wobei Ideologie im klassischen Sinne als notwendig falsches Bewusstsein aufgefasst wird, also ausschließlich negativ verwendet wird. Hier nähern wir uns einer zeitlich spezifischen Exposition des Begriffs des Antisemitismus, der auch den Übergang, den noch Bamberger diagnostizierte, mit umfasst. Nun aus den Elementen des Antisemitismus dritter Teil, gleich ein Zitat. Hier geht es um den ökonomischen Grund, also um eine spezifische Formbestimmtheit der Judenfeindschaft, wie sie in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auftritt. Ich vermeide hier von verkürzter Kapitalismuskritik und dergleichen zu sprechen. Es geht ja hier nicht darum, Antisemitismuskritiker für die Linke zu werben, indem der ökonomische Realgrund auch des Antisemitismus zum zureichenden Grund erklärt wird und man dann nur noch den Kapitalismus abschaffen müsste und schwuppdiwupp weg ist auch der Antisemitismus. Denn das könnte ja etwas länger dauern und dann ist gerade der Antisemitismus und seine politische Variante, der Antisemitismus, dann gerade ein Faktor der Abschaffung des Kapitalismus auch nur zu verhindern oder zu verunmöglichen. Die Dialektik der Aufklärung, in dem diese Thesen stehen, spricht zunächst einmal von bürgerlichem Antisemitismus. Ob nun ein Rechter, ein Linker, ein Liberaler oder Religiöser, steht erstmal im Hintergrund. Wir haben ja auch in allen Spielarten schon Gemeinsamkeiten entdeckt. Linke bilden daher auch erst einmal keine Ausnahme. Allenfalls haben sie die besseren Ausreden, wenn sie ertappt werden, antisemitisch zu argumentieren. Es geht ja auch darum zu erforschen, wie so etwas wie Antisemitismus oder Antizionismus in die Köpfe kommt. So unmittelbar ist das ja auch nicht der Fall. Es ist auch nicht angeboren und was die Soziation angeht, muss man ja auch erst einmal sehen, wie das abläuft. Hier geht es nun erstmal einmal um den bürgerlichen Antisemitismus. Nun Adorno und Horkheimer, der bürgerliche Antisemitismus hat einen spezifischen ökonomischen Grund, die Verkleidung der Herrschaft in Produktion. Waren in früheren Epochen die Herrschenden unmittelbar repressiv, sodass sie die Unterne nicht nur die Arbeit ausschließlich überließen, sondern die Arbeit als die Schmach deklarierten, die sie unter der Herrschaft immer war, so verwandelte sich im Merkantilismus der absolute Monarch in den größten Manufakturherr. Produktion wird hochfähig. Die Herren als Bürger haben schließlich den bunten Rock ganz ausgezogen und zivil angelegt. Arbeit schändet nicht, sagten sie, um der anderen Rationaler sich zu bemächtigen. Sie selbst reiten sich unter die Schaffenden ein, während sie doch die Raffenden blieben wie E.D. Der Fabrikant wagte und strich ein wie Handelsherr und Bankier. Er kalkulierte, disponierte, kaufte, verkaufte. Am Markt konkurrierte er mit jenen um den Profit, der seinem Kapital entsprach. Nur raffte er nicht bloß am Markt, sondern an der Quelle ein. Als Funktionär der Klasse sorgte er dafür, dass er bei der Arbeit seiner Leute nicht zu kurz kam. Die Arbeiter hatten so viel wie möglich abzuliefern. Als der wahre Shylock bestand er auf seinem Schein. Aufgrund des Besitzes der Maschinen und des Materials erzwang er, dass die anderen produzierten. Er nannte sich den Produzenten, aber er, wie jeder wusste, insgeheim die Wahrheit. Die produktive Arbeit des Kapitalisten, ob er seinen Profit mit dem Unternehmerlohn, wie am Liberalismus, oder dem Direktorengehalt, wie heute rechtfertigte, war die Ideologie, die das Wesen des Arbeitsvertrags und die raffende Natur des Wirtschaftssystems überhaupt zudeckte. Darum schreit man, haltet den Dieb und zeigt auf den Juden. Er ist in der Tat der Sündenbock, nicht bloß für einzelne Manöver und Machinationen, sondern in dem umfassenden Sinn, dass ihm das ökonomische Unrecht der ganzen Klasse aufgebürdet wird. Der Fabrikant hat seine Schuldner, die Arbeiter in der Fabrik, unter den Augen und kontrolliert ihre Gegenleistung, ehe er noch das Geld vorstreckt. Was in Wirklichkeit vorging, bekommen sie erst zu spüren, wenn sie sehen, was sie dafür kaufen können. Der kleinste Magnat kann über ein Quantum von Diensten und Gütern verfügen, wie kein Herrscher zuvor. Die Arbeiter jedoch erhalten das sogenannte kulturelle Minimum. Nicht genug daran, dass sie am Markt erfahren, wie wenig Güter auf sie entfallen, preist der Verkäufer noch an, was sie sich nicht leisten können. Im Verhältnis des Lohns zu den Preisen erst, drückt sich aus, was den Arbeitern vorenthalten wird. Mit ihrem Lohn nahmen sie zugleich das Prinzip der Entlohnung an. Der Kaufmann präsentiert ihnen den Wechsel, den sie dem Fabrikanten unterschrieben haben. Jener ist der Gerichtsvollzieher für das ganze System und nimmt das Odium für die anderen auf sich. Die Verantwortlichkeit der Zirkulationsfehre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein. Die Juden hatten die Zirkulationsfehre nicht allein besetzt, aber sie waren allzu lange in sie eingesperrt, als dass sie nicht den Hass, den sie seit je ertrugen, durch ihr Wesen zurückspiegelten. Ihnen war im Gegensatz zum arischen Kollegen der Zugang zum Ursprung des Mehrwerts weithin verschlossen. Zum Eigentum an Produktionsmitteln hat man sie nur schwer und spät gelangen lassen. Freilich hat es die getauften Juden in der Geschichte Europas und noch im deutschen Kaiserreichs zu hohen Stellungen in Verwaltung und Industrie gebracht. Immer jedoch hatten sie es mit doppelter Ergebenheit, beflissenem Aufwand, hartnäckiger Selbstverleugnung, zu rechtfertigen. Man ließ sie heran, nur wenn sie durch ihr Verhalten das Verdikt über die anderen Juden stillschweigend sich zueigneten und nochmals bestätigten. Das ist der Sinn der Taufe. Alle Großtaten der Prominenten haben die Aufnahme der Juden in die Völker Europas nicht bewirkt. Man ließ sie in keine Wurzeln schlagen und schallt ihn darum wurzellos. Stets blieb er Schutzjude, abhängig von Kaisern, Fürsten oder dem absolutistischen Staat. Sie alle waren einmal ökonomisch avanciert gegenüber der zurückgebliebenen Bevölkerung. Soweit sie den Juden als Vermittler brauchen konnten, schützten sie ihn gegen die Massen, welche die Zeche des Fortschritts zu zahlen hatten. Die Juden waren Kolonisatoren des Fortschritts. Seit sie als Kaufleute römische Zivilisation im gentilen Europa verbreiten halfen, waren sie im Einklang mit ihrer patriarchalischen Religion die Vertreter städtischer, bürgerlicher, schließlich industrieller Verhältnisse. Sie trugen kapitalistische Existenzformen in die Lande und zogen den Hass derer auf sich, die unter jenen zu leiden hatten. Um des wirtschaftlichen Fortschritts willen, an dem sie heute zugrunde gehen, waren die Juden von Anbegang den Handwerkern und Bauern, die der Kapitalismus deklassierte, ein Dorn im Auge. Seinen ausschließenden partikularen Charakter erfahren sie nun an sich selber. Die immer die Ersten sein wollten, werden weit zurückgelassen. Selbst der jüdische Regent eines amerikanischen Vergnügungstrusts lebt in seinem Glanz in hoffnungsloser Defensive. Der Kaftan war das geisterhafte Überbleibsel uralter Bürgertrecht. Heute zeigt er an, dass seine Träge an den Rand der Gesellschaft geschleudert wurden, die selber vollends aufgeklärt die Gespenster ihrer Vorgeschichte austreibt. Die den Individualismus, das abstrakte Recht, den Begriff der Person propagierten, sind nun zur Spezies degradiert. Die das Bürgerrecht, das ihnen die Qualität der Menschheit zusprechen sollte, nie ganz ohne Sorge besitzen durften, heißen wieder der Jude, ohne Unterschied. Auf das Bündnis mit der Zentralgewalt blieb der Jude auch im 19. Jahrhundert angewiesen. Das allgemeine, vom Staat geschützte Recht war das Unterpfand seiner Sicherheit, das Ausnahmegesetz sein Schreckbild. Er blieb Objekt, der Gnade ausgeliefert, auch wo er auf dem Recht bestand. Der Handel war nicht sein Beruf, er war sein Schicksal. Er war das Trauma des Industrieritters, der sich als Schöpfer aufspielen muss. Aus dem jüdischen Jargon hört er heraus, wovor er sich ins Gesein verachtet. Mein Antisemitismus ist Selbsthass, das schlechte Gewissen des Parasiten. Soweit Horkheimer und Adorno. Der bürgerliche Antisemitismus hat demnach etwas damit zu tun, dass die Herrschaft und Kapitalismus sich ausdifferenziert hat. Zum einen haben wir die ökonomische Sphäre, in die nun das, was vorher eine jeweilige Spielart von Grundherrschaft war in agrarischen Gesellschaften und auch noch mit politischer Herrschaft verbunden war, in die Produktion wanderte. Und das, was vorher politisch organisiert war, also die Abgaben der Arbeiter entstanden fest, während die Verteilung insgesamt nun zunehmend marktförmig organisiert war. Es entstand hierbei der Schein, das in der Zirkulationssphäre, der eigentliche Mehrwert entstand, etwa durch teurer Verkaufung, durch Zinsaufschläge und dergleichen. Und da unter den Juden diejenigen, die mittlere Dienste leisteten, Agenten der Zirkulation waren, wegen bestimmten Verboten aus früheren Zeiten traditionell einen größeren Anteil hatten, wurde ihnen die ganze Ausbeutung zugeschrieben. Zum einen stimmte das historisch schon nicht, gerade unter den Christen fanden sich die größten Verdiener an Zinsen. Zum anderen entstand, zumindest nach der Einsicht der alten politischen Ökonomen und auch deren Kritiker Karl Marx, die Gewinne nicht in der Zirkulationssphäre, sondern in der Produktion. Da das aber nicht unmittelbar erkennbar ist, haben wir hier also auch den ökonomischen Realgrund der neueren Judenfeindschaft. Wenn es sich um Ideologie handelt, hat das auch einen Erkenntnisgrund und Ideologiekritik muss dann ja auch diesen so verändern, dass die pathischen Projektionen nicht entstehen. Wir können nicht alles auf einmal machen und da können wir das hier erst ärmer nur andeuten. In sehr reiner Form trat ja diese Formbestimmtheit des Antisemitismus auch bei den Nazis ein, wenn etwa zwischen schaffenden und raffenden Kapital unterschieden wurde und letzteres mit jüdisch benannt wurde. Das Adorno-Horkheimer Zitat spielte auch auf diese Unterscheidung an. Wenn heute der Antisemitismus anders auftritt, etwa in religiösen Gewand, so heißt das nun nicht, dass diese Formbestimmtheit, die im 19. Jahrhundert dominierte, nicht fortbesteht und auch nicht in diversen Formen auch im islamischen Antisemitismus beispielsweise auftritt. Schon aus praktischen Gründen dürfen wir diese von Adorno und Horkheimer und später noch verfeinerte Kritik, etwa durch Moshe Poston, auslassen, denn es würden die antisemitischen Eskapaden der letzten Monate dann weitgehend unkritisiert bleiben. Und eines ist auch nicht der Fall, dass die Vergangenheitsbewältigung im aktuellen Antisemitismus etwa zurückgetreten sei und nun antizionistische und israelfeindliche Tendenzen überwiegen würden. In dem von Monika Schwarz-Friesel und Jehuda Reinhards veröffentlichten Buch wird gezeigt, wie sich das im neueren Antisemitismus gerade verbindet. Sie fasst dies in einem Konzeptualisierungsmodell zusammen. Das Buch heißt also Die Sprache der Judenfeindschaft. Das befindet sich auf Seite 172, was ich hier gleich zitieren werde. Also die Juden, wie sie als Zirkulationsagenten aufgefasst wurden, werden noch im Kontext der jüngsten Eskapaden des Antisemitismus deutlich. Nun aus dem Buch, wo gezeigt wird, wie die bürgerlichen und traditionellen Beschreibungen des Judentums verschmelzen. Zitat Juden sind anders. Sie sind und bleiben immer fremde Sonderlinge, die weltweit ein Volk bzw. eine Rasse bilden, die solidarisch zusammenhält und auch Untaten in ihren Reihen billigt und verteidigt. Als Volk haben die Juden Eigenschaften, die der gesamten Gemeinschaft zu eigen sind. Diese Eigenschaften betreffen vor allem ihre sozialen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten sowie Verhaltensweisen. Juden sind rastlos, heimatlos und ewige Wanderer, die sich nirgendwo anpassen und keine Solidarität mit dem jeweiligen Gastvolk entwickeln. Juden begehen in der Tradition als Gottesmörder rituelle Morde und andere kriminelle gewalttätige, meist blutinvolvierende Taten. Juden sind gierig, trügerisch, arglistig, rauben anderen Völkern Besitz und Land. Juden sind machthungrig und versuchen, die ganze Welt zu beherrschen, indem sie Geld anhäufen und Machtpositionen zum Beispiel in der Presse einnehmen. Dabei setzen sie ihre Interessen durch Lug und Betrug durch. Aufgrund ihrer Gerissenheit und Geschäftstüchtigkeit haben sie viel Einfluss auf Regierungen. Juden sind unversöhnlich, nachtragend und rachsüchtig. Sie sind nicht bereit, den Holocaust zu verzeihen oder zu vergessen. Stattdessen üben sie Rache, indem sie ihre Rolle als beuten die Erinnerung an den Holocaust finanziell und moralisch schamlos aus und erzwingen eine Meinungsdiktatur. Dieses verhindert Kritik an Juden und an der Politik des jüdischen Staates Israel. Dieser Staat ist ein Grundübel in der Welt und verkörpert alles, was typisch für Juden ist. Dies ist also eine neuere Untersuchung von Briefen an Institutionen der Juden beziehungsweise Israels. Dies hat sich nun, was dort gerade beschrieben wird, ist zu einer geschlossenen Weltsicht gefügt, einem unerschüttelten Glaubenssystem. Und wenn wir letztes Jahr an den Straßen die Saat der antisemitischen Ernte beobachten konnten, so hat das auch damit zu tun, dass Schuld- und Erinnerungsabwehr sich von Toten auf lebendige Juden verschoben hat. Hier müssen wir noch einmal den Bogen von der Ursachenfrage und deren Verdecktheit in den neueren Erscheinungen ziehen, von denen das letzte Mal schon die Rede war. Anlässlich sich noch einmal mit solchen Dingen zu beschäftigen war der Sommer 2014, wo unter anderem am 18. Juli 2014 eine friedliche pro-israelische Demonstration von 300 bis 400 Muslimen angegriffen wurde. Die vornehmlich aus jungen Türken und Palästinenser sich zusammensetzenden Angreifer bewarfen die Israelfreunde mit Feuerwerkskörpern, Steinen sowie Flaschen und Skandierten Ahu Akbar und Scheißjuden und Parolen, die man nicht wiederholen mag. Da die im Einsatz befindlichen Polizeikräfte zu gering waren, um sich gegen die Angreifer durchzusetzen, mussten die pro-israelischen Demonstranten den Platz unter Polizeischutz räumen. Die muslimischen Angreifer feierten das mit Rufen wie die Juden sind weg. Die Gewalttäter waren damals von einer anti-israelischen Kundgebung einer Jugendorganisation der Linkspartei gekommen, die kurz zuvor beendet wurde. Das letzte Mal habe ich schon das Urteil gegen den Organisator Taylan Kahn erwähnt, der im Sommer 2014 eine Reihe von Demonstrationen gegen Israel organisiert hatte, bei denen es zumeist Zwischenfälle gab. In Hagen rief er durch ein ausgerechnet von der Polizei zur Verfügung gestelltes Megafon Parolen wie Kindermörder Israel. Am Rande einer von ihm organisierten Demonstration in Gelsenkirchen waren Sprüche wie Hamas Hamas Juden ins Gas zu hören. Taylan Kahn erklärte, er habe nichts gegen Juden. Ich habe nur etwas gegen Zionisten. Nun, wir haben letztes Jahr schon erkannt, dass das eines der faulsten Ausreden ist, weil sich der Hass hauptsächlich gegen Juden richtet und dass unter den Antisemiten Zionisten ein Code ist, der Juden meint, was man ja auch daran erkennen konnte, dass Synagogen angegriffen wurden, wenn Demos gegen Zionisten organisiert worden war. Eine gewisse Zeit haben deutsche Gerichte diese Strategie, Juden durch Zionisten zu ersetzen, mit Freisprüchen oder geringen Urteilen belohnt. Aber Parolen, die sich ausdrücklich gegen alle Juden richteten und eindeutig auch die Unsicherheit der jüdischen Teile der Bevölkerung und deren Freunde erhöhte, was zur Tatsbestandsschwelle der Volksverhetzung gehört. Diese ist eine Strafart gegen die öffentliche Ordnung bekanntermaßen. Nun wurde Taylan Khan, ein mehrfach vorbestrafter junger Mann, vom Amtsgericht wegen Volksverhetzung verurteilt, weil er den antisemitischen Mob mit der Parole Tod und Hass den Zionisten aufgestachelt hatte. Ausgerechnet verteidigte er sich damit, dass ausgerechnet die Zionisten einen schlechten Einfluss auf die Gesellschaft hätten oder ihnen Gottes Strafe den Tod gewünscht hätte. Da es in Deutschland keine Gruppe gäbe, die sich Zionisten nennen, hätte er nichts Falsches getan. Aber für Richterin Sastre war klar, wen Khan meinte, wenn er gegen Zionisten hetzt. Sie sagte, Zionist ist im Sprachgebrauch der Antisemiten der Code für Jude. Wenn sie im ja Tod und Hass den Zionisten riefen, meinten sie damit den Staat Israel und die Juden. Es war ja der Staat Israel, der sich im Krieg befand. Sie folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den mehrfach vorbestraften Khan zu einer Haftstrafe von drei Monaten auf Bewährung sowie zur Zahlung von 200 Euro. Khan reagierte verdutzt auf das Urteil, ich hätte gedacht, ich würde Sozialstunden bekommen. Richterin ihn ist, da er nach Möglichkeiten des Widerspruchs fragte. Ich habe mich hier am unteren Rand der möglichen Strafe vor Volksherzung bewegt, sagte sie. Das Landgericht könnte auch zu einem anderen Urteil kommen, nämlich am höheren. Nachdem Khan gegen das Urteil tatsächlich Berufung einlegte, hatte das Berufungsgericht im Mai ihr Urteil bestätigt und erweiterte die Bewährungszeit auf zehn Monate. Das gerade der aktuelle Antisemitismus Antisemitismus Vorwürfe umschiffen will, macht gerade das aus, worum es gehen muss, wenn man den Antisemitismus heute diskutiert. Daher ist die Frage nach den Ursachen komplexer als woanders. Auch verbergen sich die Formursachen, wie wir sie aus der Dialektik der Aufklärung genommen haben, in den unmittelbaren Phänomenen. Und es sind auch europäische Intellektuelle, wie wir gleich hören werden, die ihre Intellektualität vergessen, wenn sie sich an den Mob auf den Straßen anbiedern. Ich zitiere aus einem schönen Buch von Esther Shapira und Georg M. Hafner. Das heißt übrigens, Israel ist einem Schuld. Ein Kapitel über die Explosion des Judenhasses. Also dieses Buch spielt natürlich an, auch an dieses Lied. Die Juden sind einem Schuld, aber deswegen heißt das Israel ist einem Schuld, weil Israel der Jude unter den Staaten ist. Also Esther Shapira und Hafner schreiben, die Israel Hasser sind gut vernetzt. Sie sind in den arabischen Ländern ebenso präsent wie im Westen und erfreuen sich auch intellektuellen Zulaufs. So meldet sich etwa der italienische Philosoph Gianno Vattimo zu Wort. Zwar ist die italienische Radiosendung die Mücke, bei der Vattimo zu Gast ist nur Fachleuten der italienischen Medienwelt vertraut, aber das ändert sich jetzt. Der Philosoph, der vor kurzer Zeit Abgeordnete des Europarlaments war, wird plötzlich auch in Deutschland in sozialen Netzwerken gefeiert. Europa soll Gelder sammeln, damit die Hammers endlich bessere Raketen bekomme. Ich würde die zionistischen Bastare am liebsten erschießen, spricht der Philosoph, der sich selbst als gewaltlose Person bezeichnet. Schade nur, dass er selbst einst vom Militärdienst befreit und da er kein guter Schütze sei, fügt er bedauernd an. So ein Mensch gällt als Begründer eines schwachen Denkens, erhielt 2002 ausgerechnet den Hannah Arendt Preis. Und dann redet er wie jeder Antisemit, wie die Autoren darstellen. Zitat Am Schurkenstaat Israel nämlich wolle er festhalten, erklärt er in einem Interview mit Haritz ebenso an seinen Aussagen, Israel würde die Auslöschung des palästinienischen Volkes betreiben und Israelis seien damit auch nicht besser als die Nazis. Da hatte der Philosoph des schwachen Denkens dann endgültig jede antisemitische Darnung abgelegt. Der einzige Leiter des Zentrums für Antisemitismus Forschung Wolfgang Benz wird heute fast nur noch zitiert, wenn man den Antisemitismus kleinreden will. Antijüdische Demonstrationen, bei denen da klingt Hamas, Juden ins Gas sind gemeint, seien gar nicht antijüdisch, sondern nur Protest gegen Israel. Warum dann Synagogen und nicht die israelischen Botschaften angegriffen werden, was ja auch schon antisemitisch genug ist, aber wenigstens noch der Tarnung besser dient, das konnte bislang auch noch niemand erklären. Der Antisemitismus, so können wir allerdings erkennen, instrumentalisiert auch noch die Erinnerungskultur, worüber schon der selige Eike Geisel den Satz geschrieben hatte, dass Erinnerung in Deutschland die höchste Form des Vergessens darstellt. Dass nur jeder dritte Deutsche heute noch als Antisemit gilt, besagt zwar, zwei Drittel dann keine manifesten Erscheinungen des Antisemitismus entdecken lassen, aber 1932 hat ja auch nur jeder dritte Wähler seine Stimme der NSDAP gegeben. Das besagt ja dann also noch nicht sehr viel. Wobei es ja ohnehin schwierig ist, latente und manifeste Antisemiten zu unterscheiden. Man könnte jetzt denken, der Latente möchte nur Juden umbringen. Der Manifeste hatte schon getan oder was wäre dann der Übergang vom An- und für sich des Antisemiten. Wir haben vorher vom Übergang von einer religiösen Jüdenfeindschaft in eine bürgerliche gesprochen. Das eine hat aber dennoch miteinander zu tun. So hat die Unterscheidung von Antijudaismus und Antisemitismus die erst als religiöses Phänomen als rassistisches bedeutend. Vor allem auch heuristische Bedeutung. Aber nur unter dem Vorbehalt, dass es nicht nur eine Gemeinsamkeit von Rassismus und Antisemitismus gibt, sondern auch einen Gegensatz. Etwa den, dass sich in moderner Judenfeindschaft das Rassentiment gegen das Abstrakte richtet, im Rassismus mehr gegen das Konkrete. Die Juden werden ja gerade als Gegenrasse oder Gegenvolk, das heißt als Freund und Feind zeigen, dass er letztlich den Juden zum absoluten, von der bloßen feindseligen Relation ausgenommenen Feind macht. Hieraus haben wir auch Kriterien dafür, bloße psychologische Erklärungen zu relativieren, etwa durch bloße Vorurteile. So wird Antisemitismus oft als Stereotyp, das heißt als Vorurteil oder auch was besser wäre, wenn es sich durchsetzt, als Klischee traktiert. Vorurteile lassen sich mehr am Individuum festmachen, sodass jemand auch einen Vorteil sich selbst zuschreiben kann und manchmal auch überwinden kann. Klischees, Alfred Lorenzer der Psychoanalytiker verwendet dies auch in der Psychoanalyse, sind eher überpersönlich, das heißt sie gehören zum kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft, also zum kollektiven Unbewussten. Nehmen wir ein Beispiel, das Bibelwort Auge für Auge, Zahn für Zahn, das historisch in Wahrheit für die Transformation von Rache in Recht stand, schreibt Juden zu, dass sie zur Rache neigen. Das ist so ein Klischee, eine Art kollektives Stereotyp, das mit Vorurteilen nichts zu tun hat. Auf Juden allgemein und auf den Juden unter den Staaten gewandt, hat sich dies durchaus hartnäckig erhalten, als so eine Art kollektives a priori. Dies ist eine Form, die durchaus mit unterschiedlichen Inhalten sich verknüpft. So in der Redeweise von Auschwitz-Keule des reichen Juden, der mal so auftaucht, als Schacherer, als Finanzjude von der Ostküste oder das Klischee Rothschild, wie das immer wieder auf den Montagswahn machen, immer wieder wiederholt wird und reproduziert wird, ohne dass es auf seinen Wahrheitsgehalt hinterfragt wird. Weil das so ein Bestandteil der abendländischen Kultur und Zivilisation ist, finden wir das auch bei Denkern wie Kant und Marx wieder. Dass antisemitische Denkformen Inhalte sich in jeder Sozialisation bilden, wie neurotische Strukturen der Psyche auch, macht auch, dass diese sich bewusstlos von Generation zu Generation reproduziert haben. Auch der Pfarrer auf der Kanzel unterliegt einer solchen Sozialisation und verstärkt solche Effekte. Die Mehrdeutigkeit des Wortes fremd, es kann unknown oder strange im Englischen wieder geben, manchmal auch beides umfassen ist ja noch zu einzugehen. In der Studie zum autoritären Charakter Adornos finden wir eine interessante These, die das Moment der Fremdheit mit Entfremdung, die man ja loswerden will, im Zusammenhang bringt. So ist das Moment der Fremdheit sowie der Antisemitismus als Denkform insgesamt ein erkenntnisleidendes Prinzip. Es ermöglicht, Erfahrungen zu machen, die im Grunde genommen gar nicht auf das Erfahrene zurückzuführen sind. Hier haben wir das Moment der pathischen Projektion. Die Schuldprojektion dient der Schuldabwehr. Da zitieren wir mal nochmal Adorno. Die Fremdheit der Juden scheint die handlichste Formel zu sein, mit der Entfremdung der Gesellschaft fertig zu werden. Den Juden die Schuld an allen bestehenden Übeln zuzuschreiben, mag die Dunkelheit der Realität erhellen wie ein Scheinwerfer, der rasche und umfassende Orientierung gewährt. Je weniger die antijüdischen Fantasien der wirklichen Erfahrung entsprechen und je mehr sie sozusagen rein erhalten werden, von der Befleckung durch Realität, desto weniger mögen sie Störungen durch die Dialektik der Erfahrung ausgesetzt sein, die vielmehr durch die Starre der Stereotypen verhindert wird. Antisemitismus ist das Allheilmittel, das für das intellektuelle Gleichgewicht, für die Gegen-Katexis, Gegenbesetzung und für eine Kanalisierung der Wünsche nach Änderung sorgt. Die Juden fungieren hier für die Propaganda als ein Schlüssel für alles und jedes. Man kann alles mit ihnen erklären. Wenn Delfine von Hamas-Anhängern umgebracht werden, weil sie angeblich jüdische Spione sind, so haben wir hier eine solche pathische Projektion. Hier entsprechen sich ja Katexis, also die psychische Besetzung oder Konzentration psychischer Energie und Gegen-Katexis. Wir hatten das schon mehrfach im linken Antisemitismus gesehen, dass die anti-imperialistische Ideologie eine solche Funktion des projizierenden Scheinwerfers hat. Zum Schluss müssen wir noch den Bogen auf diesen linken Antisemitismus ziehen, wie es die Ideologie des Befreiungsnationalismus der Anti-Imps tut. Wie es im Vorwort zu Polyakovs vom Antisemitismus und Antisemitismus von Thomas Hauri etwa treffend charakterisiert wird. Dort schreibt Hauri, das Modell ist griffig. Ein Volk fordert Selbstbestimmung gegen fremde Herrschaft und imperialistische Ausbeutung. Die notwendige und richtige Parteinahme für die aufständische Bevölkerung mutierte zur unkritischen Pauschalidentifikation mit den jeweiligen Befreiungsbewegungen. Was in Wirklichkeit in erster Linie nationale Befreiungsbewegen waren, das geriet der erfolgs- und perspektivlosen Metropolenlinken zur Stellvertreterbewegung, die die sozialistische Utopie an ihrer Stadt verwirklichen könne. Diese unkritische und identifikatorische Bezug auf die Kämpfe der nationalen Befreiungsbewegungen, legitimiert durch die Pseudotheorie des Marxismus-Leninismus, der von Anfang an wenig mehr war als die nationale Legitimationsideologie der sowjetrussischen Entwicklungsdiktatur und mit Kommunismus nichts zu tun hatte, führte zur unkritisch-affirmativen Besetzung der Begriffe Nation, Staat und Volk. Soweit Hauri. Also solch ein Antizionismus ist die Anwendung des imperialistischen Schemas auf den Konflikt zwischen Israel und der für eine nationale Befreiungsbewegung gehaltenen Araber in Palästina. Gegenüber früher ist allerdings das, was noch lange Zeit Privileg linken Antisemitismus oder Antizionismus war, zum Common Sense geworden. Der Sohn eines führenden Nazis, der heißt Totenhöfer, setzt gewollt oder nicht gewollt die Familientradition vor und schwadroniert vom Gaza als Freiler-Luft-Gefängnis. Der eliminatorische Antisemitismus der Nazis, der auch von den Anhängern des Islamischen Staates geteilt wird, die den Menschen die Köpfe abschneiden, hatte wie die islamistische Ideologie auch eine lange Vorgeschichte. Die Vorgeschichte der europäischen Judenfeindschaft ist allerdings auch die der im 20. Jahrhundert sich erweiterten Judenfeindschaft im islamischen Raum, weil diese, wie wir auch schon gesehen haben, ein Exportprodukt ist und gleichzeitig auch wieder reimportiert die deutsche Ideologie mitbestimmt. Auch was die NS-Propaganda nicht für deutsche Ohren gedacht hatte, gelangt über Umwege wieder zurück und verschmilzt mit der europäischen antisemitischen Ideologie. Im christlichen Raum hat man gewiss noch Schuldgefühle wegen der Kreuzzüge, an denen man allerdings die antijüdischen Mordaktionen nicht mehr wahrnimmt, sodass eine bestimmte Propaganda durchaus auf europäische Ohren trifft, die es gerne hören. Basam Tibi beschrieb das folgendermaßen. Die Behauptung der Islamisten und Pan-Arabisten, dass Kreuzzügler im Bunde mit den Juden gegen den Islam konspirieren, beruht auf Verschwörungsfantasien und widerspricht den Fakten der Geschichte. Wir wissen aus der monumentalen und zugleich autoritativen Geschichte der Kreuzzüge des britischen Historikers Stephen Runkeman, dass Juden und Muslime als Opfer der Kreuzzüge im selben Boot saßen. Juden und Muslime haben gemeinsam Jerusalem gegen die Kreuzfahrer verteidigt. Die Strafe, die die Juden dafür ernteten, den Muslimen beigestanden zu haben, war die erste kollektive Verbrennung lebender Juden in einer Synagoge. Geschichtlich fand dieser Mord in Jerusalem lange vor dem Holocaust statt. Hier haben wir wieder so einige Kreise geschlossen. Dies wird uns auch künftig noch weiterhin beschäftigen, wenn wir auch noch konkreter die Ursachen, Gründe und Formbestimmtheiten der Judenfeindschaft betrachten. Wir haben an den bisherigen Ansätzen bereits schon gesehen, dass ein altes historisches Moment immer schon auch hineinkam, aber auch in jeder Epoche eigenständige Ursachen für eine bestimmte Form von Antisemitismus vorliegen. Daher ist auch Ludwig Bamberger durchaus recht zu geben. Er hat richtig gedacht, dass er also in jeder neueren Epoche der Judenfeindschaft, das ganze weltgeschichtliche Erbe der Judenfeindschaft präsent ist. Zum Teil positiv, wie wir gesehen haben, teilweise aber auch das Erbe verleugnend. Nicht? antisemitische Demagogen wie Wilhelm Marr leugnet ja jegliche religiöse Judenfeindschaft. Aber dies ist auch eine Abwehr, weil bei solchen atheistischen Denkern ja auch noch eine durchaus religiöse Sozialisation eine Rolle gespielt hatte. Nicht in den Schulen, in den Kirchen und so weiter wurde das ja alles transportiert. nicht? Wir kennen das Österreich in Deutschland ja auch, wie Luega oder solche Christen haben natürlich auch das alte Erbe immer wieder mittransportiert. Wir hatten immer wieder auch hingewiesen darauf, dass auch bei den Nationalsozialisten August Rohling mit seinem Talmud-Juden eine Rolle spielte. Wir haben hier sozusagen eine Ambivalenz in Bezug auf den traditionellen Anti-Judaismus, auf die traditionelle Judenfeindschaft. Das erzwingt jetzt nahezu ein konstellatives Denken in diesem berühmten adornischen Sinne, sodass wir mit das Historische dazu hernehmen, in eine Konstellation zu treten und das Neue dann immer wieder umkreisen, wie Planeten die Sonne umkreisen und aus jeder Perspektive dann eine eigene nimmt. Und es werden dann immer wieder neue Aspekte zum Vorschein gebracht, die man doch gerne schon vorher gewusst hätte.